Guck, die spawnen im Tunnel zwischen den beiden sichern Nein, die sind da nicht gespawnt, Roche, die sind da langgegangen von außen Kennen die im App schon langsam Ich weiß, dass die nicht gespawnt Ich steck hier die Seite Ja komm, Stalker, Roche, möchtest du die Stalker hier kennen von mir? Äh, nö Kannst du mal Brauchst du viel zum Aufleveln als Kommando, ne? Oh ja Okay Man, wir haben ja hingeschossen mit einer Granate Toll Oh man, also auch die Headshots Alter, was ist denn los, Tobi? Du bist ja nur noch mal rumheulen, wenn du in der Watten war Ja, ich will jetzt endlich Level abhaben Wow Auch hier ist noch ein Stalker Geh dich mal um Hier sind zwei Stücke, ich greife die nie an Hm War auch gleich die Becher Vorraten dreifach KW wird eingeschritten Der Hass kann dich treffen Ja, der Hass hat kein Ethik Ich habe auch nicht, ich habe gerade viel Granaten vorbeigeballertet Oh Gott Ja, ich bin Level 4 Wow, wow, fühlt sich auch zu gut kümmern jetzt, Alter Nein, ich Das ist ja nicht viel Ich muss, ich muss etwa fünf Millionen schaden mit, äh, Shotguns machen Ich muss als, ich muss als Firebug 3,5 Millionen machen jetzt Das ist leicht nervig Oh, wir sind alle tot! Es ist Zeit, um zu schaden! Ja, ihr müsst ja bloß bloß mal aufpratzen, ich muss ja genau treffen Wow Mit dem, mit der M14, musst du nicht treffen Doch Der Pratsloch noch So Ja, wo ist denn? Hat einer ein bisschen Geld? Ich brauche noch Nö Weil die Lübtyps Macht Spaß? Joa Ich will mir die Lohr kaufen Aber daher erst irgendjemand Dann jemanden mehr Ding später machen muss, oder? Du kannst mir was holen Nein, verdammt, es ist zu teuer Das reicht noch nicht Den Tunnel wieder? Lass mal den anderen Tunnel da vorne gehen Wir folgen den Typen mal, der ist nett Der hat mir Geld gegeben Ja, der hat ja auch schon alles Wow Der Zaun hat es abgehalten Ja, der ist gerade tot Ja, der ist gerade tot Aha, wird vorher getötet Oh oh, Tobi, du hast gerade tot Du hast gleich weg gerabed Ich habe da was reingehauen Ja, ich habe da eine Demolition hier, das ist total zählt Nein, ich wusste nicht, ich wusste gar nicht, wo Hoppe ist Ich stehe die Hilden auf dem Auto Da kommt doch ein Brake Oh Gott, ich habe ihn fast selbst in Luft Ja, ich habe drei Lebenspunkte Da kommt doch ein Brake Da kommt doch ein Brake Oh Gott, ich habe meine Granaten geblockt Zumindest einer von mir Ist der tot? Hilfe Wo bist du? Da war ein Caller Boah, ernsthaft? Ich habe da drauf geballert Nee, ich habe Tobi geballert, war da zu Glück Der Tobi ist ja auf der Krone Ja, ich bin hier der Größte, weh Das ist total praktisch, wenn ihr da vorne als 2-Shield schädlich geht schön mit dem YouTube-Kumpel an kann Los, ich habe nur noch 3 Schuss Yay, 3 Schuss noch So Wow Was? Was hast du mir gerade explodiert? Ich meine die letzten 4 Schuss oder 3, was das war Sag mal wieder kein Medic Ernsthaft nicht Ernsthaft nicht Wollen die mich verarschen gerade? Oh, ich brauche Munition Äh, Geld Ich kann dir 263 geben Aber danach muss ich sparen Wie je die Runde ist das? 7, gut Oh, was ist Tobi, Tobi? Dankeschön, bitte Nein Wow Danach muss ich jetzt aber sparen Was? Nee, mach das nachher mal am Rundenende Ich muss auf den Law sparen Und auf genug Pipebombs nachher Ich habe jetzt nämlich alles, was er kaufen wird Ich stand bei ihm aufm Kopf und wollte nicht Hey Wow, wirklich Tobi, will der mich verarschen Wer denn? Vor mir Ja, weil er ist der Typ, der Medic gemacht hat, nachdem ich Medic war Als ich mich aufgehört, Medic zu machen, geht er wieder auf den anderen Und jetzt stellt er sich vor mir Verpiss dich Jetzt haben wir wieder kein Medic, Alter, ist auch scheiße Oh, 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 oh Ich stelle mich jetzt vor ihm Ich glaube, da kommt ein Flashbau wo und scheiße muss man nicht gut nachladen ich weiß gar nicht vor sagt er kann hat mich das war kann die vier ich steppe jetzt überfordern ich doch den jetzt in erster fliegs auf wir haben es so alt bis sie vor mir aber du weißt aber die nachher denkst du lenkst wieso die klickte bei dem zauber mein zauber ist unterschiedlich oder sind das nachladen kann jetzt nicht danke ich habe den typen vergrault weg das war das da gerade wo ich ruf geschessen nachdem hast du da war fest und ich habe nur wird leuchten sehen auf den europäischen wahrscheinlich noch vor mir bevor sie angekommen ist auch die hinten helfen immer wenn Tobi umziegelt ist kann ich ihm gut helfen da kommt doch ein Haas da kommt ein Flashball bei uns ne? da kam Haas ja es ist gut habt ihr den? hm Alter du bist tot absolut der Volition ist cool oder nicht? ich muss nur jetzt nachladen ne komm da wo du erkennst ne? Alter aber komm Alter da der Typ sich vor mir gestellt aber ja das von ihr richtig scheiße ich habe mich auch verkrault als er merkt ehrlich wie ich hier mit Hoppe spiel ich muss es vor ihm stellen ja komm hey das war ja wohl auch bisschen scheiße ich noch ein bisschen scheiße ja weil wir kein Medic mehr haben weil der Typ natürlich jetzt auf Schärfschütter wechseln muss so eigentlich ich hab keine Ahnung er hält mich ein bisschen mit ja komm wo bist du? Fubi bleibt mal kurz stehen ja ich auch noch steck mal die Spritzen in mich rein hm machen wir ja schon ok ganz tief er braucht Geld Robbe wirst du Geld haben? oh ich kann 8 Granaten aufnehmen ey der schmeiße seine ganzen Sachen weg ich glaub er verlässt uns ich guck ich hab grad eine Hellkern gefunden naja klar hey gib mir auch Geld ok nicht endlich hä wie der hat eine M14 und eine Crossbow gehabt anscheinend so wie sieht das lass wieder in den Tunnel reingehen in der Scharren und andere Scharfschütter anscheinend ja da ist weg nur noch drinnen bei ha 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 ja wir müssen uns beeilen ich hab jetzt gesagt ihr habt ihr habt noch ein bisschen rumgespielt was er sich weggeschmissen hat ich gehe doch hier zu sein hier sind Flashbound ich gehe Eher 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 Eher